Mahlzeit moin Leute! So, als allererstes möchte ich euch noch mal ganz kurz ein bisschen Schleichwerbung zeigen hier. Mein neuer Stilpullover, voll geil. Brauche ich jetzt bei dem Wetter gerade nicht, aber der sieht natürlich noch mal mega geil aus. Wenn ich den anhaben, sieht der natürlich noch geiler aus, aber man hätte mal gesehen, also wirklich klasse. So, jetzt geht es weiter. Wir haben einen Aufsatzmäher hier gerade. Unser Leihmäher ist beim Kunden und jetzt haben wir einmal im Austauschgerät, haben wir jetzt den Aufsatzmäher von dem Kunden hier stehen. Der 5097 und den zeige ich euch jetzt mal. Weil wie ich das gesehen habe, im Internet gibt es da nicht viele Daten rüber und wenn ihr euch so ein Teil hier bestellen wollt, müsst ihr natürlich wissen, was ihr kriegt. Dann gehen wir aber vorsichtig am Julian vorbei hier, damit wir den bei der Arbeit nicht stören. So, dann haben wir das Teil und sogar noch die Aufkleber drauf, hat der Kunde noch gar nicht abgemacht. Ja, RT5097. Letztes Jahr im Verleih hatten wir noch die Nummer größer. Eigentlich war das ein ähnliches Gerät, hatte glaube ich 1,20 Meter mehr Breite und hatte so diese ganzen digitalen Features, hatten die hier vorne drin. Dann geht mal langsam drum, damit ihr auch ein paar Detailchecks nochmal kriegt. Dann nehmen wir gleich mal Maß. Aufkleber auch mal ab. Wenn man einmal hinten bis, können wir das auch nochmal zeigen hier, wie die Mechanik dahinter aussieht. Ich finde es schon geil. Ich könnte nochmal eben abmachen hier. So, war gar nicht so schwer. Aha. Also, wenn da drin ist, so rausziehen. Da siehst du vielleicht ein bisschen besser. Das hat auch schon wieder zu. Was nochmal wichtig ist hier. Da, der Sitz so und wenn ich den bewegen möchte, ohne dass der Motor läuft, also die Rollfunktion, das ist echt mega wichtig, dann ziehe ich den raus. So wie jetzt. Und ansonsten wieder nach unten zurückschieben. Jetzt ist das Getriebe vom Motor angeschlossen. Das kann ich nicht mehr schieben, gerade wenn ich den mal abschleppen will oder so. So wie ich jetzt machen musste. Ich bin damit hier von der Arbeit nach Hause gefahren. Das sind nur irgendwie so 800 Meter. Da bin ich natürlich jetzt hier direkt auf der Landwehr, bin ich stecken geblieben oder nicht stecken, liegen geblieben mit dem Teil, weil ich zu wenig Sprit drauf hatte. Jetzt zeigen wir euch den Motor auch mal. Na schon, Motor. Sprit ist gar nicht mehr viel drin, aber ich glaube, das reicht, um jetzt gleich mal noch ein bisschen Demo zu machen. Hoffe ich. Das Wichtigste bei so einem Aufsitzmäher ist ja die Haube. Vorne die Lampen, den bösen Blick, die Angel Eyes. Das sieht natürlich mal richtig geil aus. Geil. Komm, wir machen hier mal die Bude auf. Warnsignal. Zündung ist noch an. So hier, wenn wir das Gerät, wir können ihm mal hier so ein bisschen die Funktion erklären. Und zwar, wenn der Hebel hier, dieser hier, wenn der ganz vorne steht, ist der Schauk drin. Also zum Starten setze ich den nach vorne. Jetzt ist der Schauk drin. Und danach kann ich halt hiermit meine Geschwindigkeit regulieren. Minimum, Maximum. Was haben wir noch? Mähwerk. Ein- und ausstellen. Ist auch elektronisch. Hier am Schlüssel. So, also bleibt mal ruhig hier, Bernd, erstmal. Die Funktion ist ganz cool. Wenn ich jetzt beim Mähen einen Rückwärtsgang reinmache, da geht das Mähwerk aus. Wenn ich möchte, dass das Mähwerk anbleibt beim Rückwärtsfahren, trete ich den kurz, dann bleibt das Mähwerk an und dann kann ich rückwärts und vorwärts fahren. Dann geht nicht zwischendurch das Mähwerk aus, wenn ich mal ein bisschen rückwärts rangieren muss. So, zur anderen Seite. Klar, Gas, dann hier Bremse und dann hier noch Feststellbremse. Wenn ich die Bremse unten rein drücke und ziehe den und lasse dann los, habe ich die Feststellbremse aktiviert, dann passiert nichts. Und wenn ich den dann wieder löse, dann kommt er weiter raus. Und hier starten wir das Teil. Und hier starten wir das. Und hier starten wir das. Und hier starten wir das. Also ein paar Wälder. so schön in der sonne besseres wetter hätten wir uns ja gar nicht wünschen können dafür so jetzt haben wir ja jetzt hier keine so richtig tolle wiese dann ist ja mehr so eine acker schachtel halm wiese oder was aber da brett haben wir jetzt trotzdem mal drüber machen ein mählwerk mal ganz da unten dass man ein bisschen action sieht so hier noch einmal wenn du noch einmal rum kommen kannst hier haben wir noch die mählwerk verstellung von der tiefe her die drücke ich hier nach innen rein und das ganz niedrig hier ist ganz hoch sieht man auch unten unter hoch je nachdem ich denke mal so von der praxis her drei bis vier für normalen standard rasen und wenn man ein bisschen größere wiese hat dann so wie hier da kann man ein bisschen höher machen so Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 So, wie ihr seht, obwohl er so eine männliche, martialische Motorhaube hat, ist das Ding echt noch wendig. Ist ja so, je kürzer so ein Gerät ist, desto schöner und wendiger ist er, aber ich finde, das ist echt in Ordnung. Leistung ist auch satt da. Gerade jetzt hier haben wir unser am Hang gewachsenes Gras, problemlos mähbar. Und ihr müsst gar nicht den ganzen Unrat befreien hier, sondern einfach drüber hämmern. Das macht das schon alle, ganz Stöcker und so, das mäht man einfach mit ein. So mache ich das zumindest immer, auch wenn das nicht richtig ist, aber das schafft ihr ja. Also, tippitoppi der Teil. Wenn ihr den wieder starten wollt, Mähwerk ausmachen, sonst bringt er nicht wieder an. Mähwerk ausmachen, dann geht er. Mähwerk ausmachen, dann geht er. Mähwerk ausmachen, dann geht er. So und jetzt mal zum Faktencheck. Ihr müsst ja gucken, ob ihr genug Platz in der Garage habt. Von der Breite her. Guck mal, weil hier vorne. Unter Meter, also knapp irgendwie 97. Wann haben wir hier für eine Breite? Ja, dann passt mit einem Meter alle gut. Das ist gut. Meter zwei, Meter ein, sowas. Und Gesamtlänge. Zwei Meter. Ja, zwei Meter sieben dreißig. Meter mal zwei Meter vierzig. Gut gesagt. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es einfach unten drunter. Wir sind natürlich fleißig dabei zu beantworten. Und liked unseren Kanal und folgt uns auf Insta und Facebook. Bis demnächst.